Hallo zusammen, mein Name ist Debiton, wir spielen Unfair Mario. Vorgeschlagen von Daniel Gleich, wenn ihr Ideen habt, alles in die Kommentare. Und ich muss sagen, ich hab's schon mal ganz kurz angespielt und es ist wirklich schwer. Und, okay, das war's schon mal, genau. Da sieht man auch, zwölfmal schon gestorben, obwohl ich gar nicht so viel probiert habe. Ich war eigentlich nur hier in dem Anfangsbereich und es ist richtig gut. Ihr seht schon, es ist nicht so einfach. Warte mal hier hin. Sehr gut. Eigentlich muss man sich die ganze Zeit merken, wo man hinspringen kann. Ohne Witz, dann muss ich die ganze Zeit... Wom springe ich dann immer da drauf? So weit sind wir schon. So runter herlaufen. Ah, jawoll, dankeschön. Nein. Bin ich eigentlich dumm oder sowas? Jetzt gehen wir da hin. Hier ist aber irgendwas, oder? Ne, warte mal, drunter her nicht. Genau, da kommen die von oben raus. So, warte mal, drunter her. Hier ist ein Checkpoint. Warte. Nein. Anlauf. Hä? Da drauf. Boah, die Wichser. So, okay, warte. Dankeschön. Was mache ich hier? Jawoll, was für ein einfacher Level. Okay, wir machen direkt den nächsten, glaube ich. Watch out. Oh. Oh, nein. Och. Ich wollte doch drunter her. Also, wenn ihr irgendwelche Flash Games habt, die ich mir unbedingt mal angucken muss. Oh. Schreibt einfach mal rein. Oh, jetzt, warte. Okay, da bleiben wir auch drunter. So, rausholen, rüberspringen. Sterben einmal. Schon 44 Mal, glaube ich. Oh, das ging, das ging sehr gut. Nein. Boah, war der fies. Das vergesse ich jedes Mal. 43 Mal schon. So, warte mal. Wie war das jetzt? Oben ist ein Block. Ein ganz gemeiner. Und unten ist ein Block, wo man reinfällt. Warte, mach mal so. Nee, nee. Da stand ich doch gerade drauf. Hüpp. Nein. Oh, schon wieder vergessen. So, jetzt sind wir hier wieder. Wow. Wow. Checkpoint. Boah, wollte schon sagen. Alles gut. Welchen? Diesen vielleicht? Nein, den nehme ich auf keinen Fall. Oh, wow. Oh, wow. This one. Netzt ist aber bestimmt eine Falle. Jetzt gehe ich hier drauf. Ach. Dann vielleicht doch wieder den und drüber springen und... Jawoll. Der Level war auch super einfach. Kaum gestorben. Sag bloß, hier geht's. Natürlich nicht. Vielleicht ja doch. Okay, wir gehen hier weiter. Soll ich denn da machen? Hä? Lol. Nein. Und schon wieder unten. Och, nein. Also genau die Mitte. Okay, ich bin jetzt hier. Boah, ist immer so ein Glücksspiel. Ich würde jetzt sagen, oben. Nein, da kommt jetzt auch. Da kommt der Block und macht mich tot. Sehr geil. Aber egal, wir haben es ja jetzt. Wir haben es jetzt. Dann kommen oben Schacheln raus. Sein Ernst? Unten her. Oh, was ist das? Was war das denn? Ich wollte doch springen. Wow, Checkpoint. Oh, lol. Kann man da drauf? Oh. Wow. Nein, warum denn? Ja, genau. Da war ich zu nah dran. Wow. Okay, jetzt muss ich wieder rüberkommen. Jawohl, das wäre ein leichter Level. Aber gut, ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss. Wenn ihr mehr von solchen Quatschspielen sehen wollt, schreibt die mir ganz gerne in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Video von mir. Tschüss.